Hallo ihr Versager, hier sind DNP Guten Tag die ersten Rapper, die auch bis zum Ende in der Schule waren Piranee im Strafgefängnis inhaftiert und haben unser Studio durchs Haben spendet finanziert Lachen über deutsche Rapper, da der Großteil peinlich ist Und sich in Pidios mit teuren Autos oder Weibern schmückt Denn in Wahrheit sind die fetten Karren eurer Stars Bietfahrzeuge von Herzix, Avis oder Europcar Und die krassen Rapstars, von denen jeder Pelz trägt Sind in Wirklichkeit doch dummer als den Mitterfeldweg Halten sich für dope und sagen, sie sein Real ist bitter Doch der Großteil ihrer Lines hat nen Bart wie ihre Mütter Redet über Smutten, Ficken, Bitches, Bumsen, Bräute, Knallen Doch im Endeffekt kauft euch keiner ab wie eure Alben Diese ganze Scheiße hier hat Tupac angerichtet Deutschrap, werdet endlich wach und drückt die Schulbank statt Gewichte Deutschrap, Kindergarten, DMP Die Pädagogen legen Rapper übers Knie und hinterlassen Hämatome Auf ihren Hintern, wir ziehen die Baggy Pants weg Und demonstrieren, wie man das Mic-Zweck entfremdet Deutschrap, Kindergarten, DMP Die Pädagogen legen Rapper übers Knie und hinterlassen Hämatome Auf ihren Hintern, wir ziehen die Baggy Pants weg Und demonstrieren, wie man das Mic-Zweck entfremdet Scha club durch Knie und hinterlassen Hämatome Keine Hämatome Keine Hämatome ugal Youthже Die Sooner Keine Hämatome Gezyć Untertitelung des ZDF, 2020